Oha, jetzt muss ich mal Gas geben. Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Bear Clash of Clans mit mir, dem Thorsten und Schweineregeln, beziehungsweise Schweine retten uns mal den Arsch, aber hier sind es mal nicht die Schweine, sondern ich hoffe hier sind es so ein bisschen die Helden. Queen ist schon weg und dann können wir hier loslegen. Ganz piano, so ein bisschen erstmal beim Farmen, aber ich will euch vielleicht zeigen, warum hier Schweine richtig krass geregelt haben, muss man sagen. So ein halb verlorener, so ein fast verlorener Clankrieg, der dann nochmal durch Schweinereiter gerettet wurde, habe ich echt selten gesehen, muss ich sagen und vor allen Dingen so knapp am Ende, denn wir waren gegen unseren letzten Clankriegsgegner ein klein wenig im Nachteil. Ich will hier jetzt mal ragen hier und die Base ist so schwach, die Base ist gerade wieder mal so schwach, dass ich irgendwas machen muss, dass ich irgendwas machen muss. Ich gehe jetzt mal rein hier mit meinen Truppen. Irgendwas machen, aber die Base ist wirklich nicht gut, aber egal. Ihr kennt das ja, er war arm und brauchte den Loot. So ist es. Oh, was er eigentlich noch viel mehr bräuchte, ist nicht so viele Sprungzauber. Alter, was habe ich denn dabei? Ah, ich habe so viel verspendet, glaube ich. Hi, 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 hi. Oh, nö. Wo ist meine Queen? Ah, da ist meine Queen. Okay, da muss ich jetzt doch schon mal meine Scheiße, doch schon mal meinen Worten zünden, glaube ich. Ah, hi, 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 hi. So, können wir nochmal hüpfeln hier? Da können wir nochmal hüpfen. Oh, Junge, Junge, Junge. Da war ich jetzt gar nicht drauf vorbereitet, dass mir so ein paar Schweine, äh, nicht Schweinereiter fehlen, sondern, dass mir so ein paar Ballons, ähm, hier entgegen kommen. So, okay, dann machen wir das mal einmal hier. Da hinten lebt allerdings noch eine Luftabwehr, das ist ein bisschen doof. Aber mal sehen, vielleicht schaffen wir die ja ein bisschen vorher. Meine Heiler sind jetzt ganz woanders drauf. Wo sind meine Heiler drauf? Ah, auf den dicken und da außen, okay. Äh, oh, oh, oh. Ah, dann setzen wir den letzten Lucky da. Alles klar. Also, alles ohne Schweinereiter hier, keine so starke Base. Aber meine Queen schafft es trotzdem nicht. Okay, die muss da tanken. Naja, ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Falle nicht ausgelöst vom Päcker. Denn Päcker zu schwer für die Falle. Äh, der Päcker löst zwar Fallen aus, aber er wird dadurch nicht weggeschleudert, wie der Ice-Ghoolie zum Beispiel. Dafür ist das Stück Blech dann doch da noch eine. Dafür ist das Stück Blech dann doch ein bisschen zu schwer. Ja, perfekt. Ich glaube, das war heute mein erster Angriff, den ich gemacht habe. Ja, das war mein erster Angriff, denke ich mal. Wir trainen die mal noch nach. Oh, ich habe ja noch zwei Karren. Dann nehme ich meinen Felsenwerfer für ein paar Lufttruppen zum Spenden. Und wir gehen mal in den letzten Clan-Krieg rein. Ich muss mal eben schauen. Warlock. Und einmal in die Details. Ihr seht, wir haben ihn gewonnen. Und wir knapp wie ihn gewonnen haben. Das kann ich euch jetzt zeigen. Also, 57, 56 nach Sternen. Hätte ich echt nicht gedacht. Und es war wirklich, wirklich super, super spannend. Ihr seht das hier so ein bisschen in den Events. Und meine Wenigkeit hat ja auch wieder in den letzten zwei Stunden angegriffen oder letzten anderthalb Stunden angegriffen. Mit einem Stern auf die 16. Das war, ja, das war in Ordnung. Es hat heute jemand in die Kommentare geschrieben, Toto, zeig mal Taktiken für Rathos 12. Das ist eher eine Taktik, um hier irgendwie in die Mitte zu kommen. Also, hier war bis dato nur ein Stern drauf. Und ich musste jetzt irgendwo in die Mitte kommen. Es ist so eine komische, also eine Halbrund-Base. So eine Halbrund-Base. Ich weiß nicht, ob sie ganz rund ist, aber irgendwie habe ich gedacht, wir funneln hier unten. Denn der Magier hier nimmt das letzte Armee oder nimmt dieses Armeelager raus. Das war sehr, sehr gut, damit die Queen hier weiter geht in diese Richtung. Die Klan-Bug habe ich mal gelockt. Als Rathos 12 eine Klan-Bug locken. Ja, kann man auch mal machen. Den Wut so geworfen, dass die beiden Loons in jedem Fall da drin sterben. Der Lava-Hun steht da nicht rein. Aber die beiden Loons sollen da drin nicht ganz bis zu meiner Queen kommen. Ist mir auch gelungen. Ein, zwei Lakaien noch hier beigesetzt, dass die jetzt nicht ganz so an meinen Heilern knabbern. Da sind sie. Und dann konnte das hier weiter gehen. Zwei Luftfallen nochmal ausgelöst hier. So, dass meine Heiler erstmal keine Gefahr haben, wenn die jetzt ein bisschen weiter fliegen. Und der Elektro-Drache kann hier auf der Ecke funneln. Und dann konnte das hier jetzt reingehen. Karre habe ich jetzt noch nicht gesetzt. Denn ich wollte die Karre so setzen, dass sie in jedem Fall in die Mitte geht. Denn irgendwas muss es in der Mitte geben, was meine Truppen anzieht. Natürlich ist da die Queen ist da. Aber das Rathaus ist nicht aktiviert. Ich habe ganz bewusst keinen Sprung mitgenommen. Denn ich habe gedacht, du musst hier nirgendwo großartig springen. Da geht die Karre rein. Und es gehen auch ein paar Truppen mit rein. Das war natürlich sehr löblich. Ich habe einen Päcker und einen Eisgolam in der Karre drin. Jetzt gehen sogar richtig viele Truppen in die Mitte rein. Okay. Aber ich habe hier dann auch keinen Wut mehr verwendet. Einmal gezündet, dass zumindest ein paar Skellys und auch Päcker hier erhalten bleiben. Also so kann man es machen. Okay, ist jetzt kein Drei-Sterne-Angriff. Aber zwei Sterne sind hier nicht schlecht in den Clan kriegen. Vor allen Dingen, wenn wir mit Masse Rathaus 12 gegen uns haben. Dann kann man das dort sicherlich immer wieder machen mit so einer Taktik hier. Das ist, wie soll man sagen, recht safe. Es ist recht safe. Auch wenn ich hier schon gesehen habe, oh, da lebt ja doch noch ein bisschen was. Okay, Queen kann nichts mehr rausnehmen. Die macht nämlich direkt vor sich eine Mauer. Oder täusche ich mich da? Ja, direkt vor. Guckt. Ja, ich meine, okay, es ist die KI hier. Direkt davor. Ich würde fast sagen, der Bogenstützenturm, der war eigentlich in Reichweite. Zwei Riesenbomben da. Leider die Hexe zerfetzt. Und dann ist das hier aber trotzdem, ich denke mal, trotzdem ganz gut gegangen. Also, ich hätte hier in so eine Base, kannst du eigentlich auch Hox nehmen. Mit einem kleinen Killscott, die die Queen rausnimmt und die Clanburg rausnimmt. Die war jetzt nicht so dolle. Und den Rest hier auch mit Schweinereitern, glaube ich, Mast. Päckerdame ist jetzt hier außer Range und Null. Das heißt also, mir ist ein bisschen die Zeit davon gelaufen für die letzten Prozent. Aber ich glaube, das war noch ganz, ganz in Ordnung. Und die Schweineangriffe kamen aber wirklich, wirklich spät. Und es war, es war nett. Es war, es war wirklich sehr, sehr nett. Der Fritzi hier. Die Base hier wollte irgendwie nicht sterben. Es ist keine Maxed Out Base. Das kommt noch dazu. Also, das war so ziemlich die schwächste Rathaus 12 Base. Da solltet ihr auch mal nachschauen, wie sind die defensiven Gebäude. Da ist jetzt ein einziger Bogenschützenturm, glaube ich, da unten auf Maxed Level. Das Rathaus ist ein Level 3 Rathaus. Die Infernus sind nicht ganz ausgebaut. Das muss man irgendwie für sich nutzen. Ich meine, solche Bases haben natürlich in der Regel den Adler sehr hoch. Helden sind auch noch nicht im Maxed. Und ich habe erst gedacht, Mann, Mann, Mann. Der Weg ist weit. Der Weg ist weit für die Karre hier. Aber Bulletinferno, erstmal alles Piano. Und wir sehen gleich die Hox, die echt einen ganz unmöglichen Ritt gleich hinlegen. Ich hatte eigentlich gedacht, das werden die niemals schaffen. Das werden die niemals schaffen. Elektrodache ist hier außen noch dabei. Okay, das Rathaus verteile ich natürlich schon ein bisschen, aber längst nicht so viel DPS und Schaden wie so ein Rathaus 12 in der fünften Ausbaustufe. Denn mit dem Gigatesla vor allen Dingen, der da noch fällt und nochmal zusätzlichen Endschaden macht, ist es dann auch für Hawkrider sehr, sehr schwer, wenn du den Worden nicht, ich nenne es mal so, rechtzeitig zündest. Oder zumindest in der Nähe hast und entzünden kann, dann gehen die, die geht alle dabei, hopps. Weil die kriegen natürlich alle schon so ein bisschen Feuer. Queen, ein bisschen beobachtet mal die Queen da unten, die ist immer noch schön dabei. Und jetzt geht sie mit Hawks und dem Worden gegen die restliche Defensive hier in diese Base rein. Die verteilen sich so ein bisschen, das war auch nicht so, so gut. Aber nochmal Fries hier auf den Adler, dass der nicht nochmal ballert. Und, ah, okay, die Sprudelfalle direkt am Adler mit dran. Und, aber er hat hier jetzt auch die Hawks am Rathaus. Single Inferno war hier unten. Das war so ein bisschen, auf diese Base waren schon Angriffe drauf. Und der Single Inferno war immer so ein bisschen Casus Nactus hier. Und scheinbar überlebt er jetzt immer noch denn die vielen Skellis hier. Alter, außen jetzt noch mit ein paar Larkis gekleert. King ist immer noch dabei, der Worden ist immer noch dabei, da gehen die ganzen Skelette gerade drauf. Das ist natürlich ein bisschen dusselig. Und der gegnerische King haut erstmal meinen, oder nicht meinen King, sondern den King von Fritzi um. Aber schaut mal hier unten, die Queen. Immer noch da, jetzt eben erst gezündet. Und, ah, das war so super, super eng. Der Worden hilft hier richtig schön mit in der Range. Der König kümmert sich nur mit einem Fragezeichen über dem Kopf um den Worden hier. Also der kann erstmal das Lagerwerk machen. Das hat ja auch schon eine gewisse Anzahl an Trefferpunkten. Jetzt Bogenschützen-Turm. Okay, der ist natürlich schon ziemlich stark gegenüber dem Worden. Aber hier habe ich eigentlich gedacht, oh, 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 oh. Oh, 55er King gegen 60er Queen. Der King macht schon nicht Schaden, aber die Queen ist noch komplett in Heilung. Und ich glaube, das hat ihm so ein bisschen den Arsch gerettet. Nochmal ein paar Bogenschützen mit dazu gesetzt. Und 100% hier super gemacht hier, würde ich sagen. Und im Chat habe ich geschrieben, Leute, macht uns den Fritzi. Okay, also macht nochmal den Fritzi hier. Damit, da stand 56, 56 und wir waren aber schon prozentual besser. Muss man ganz klar sagen, wir waren prozentual schon ein bisschen besser. Und dann haut der Flashlook hier noch so einen raus, also der Matze, gegen die Boxbase hier. Eine Boxbase. Perfekt natürlich für Schweinereiter. Und ihr seht das, er muss hier mit Machtzauber arbeiten. Ist aber auch nicht so schlimm. 30, 60, 54er Heldenkombi. Und kein Sprungzauber, keine Valkyren, nur Helden und ein paar Loons und so. Dann habe ich erst, auch da habe ich so gedacht, na, das Killsquad. Mal sehen, wie das so geht. Gegen den Multi-Inferno sicherlich kein Problem mit der Karre. Jetzt kommen noch ein paar Bowler dabei. King ist mit dem Heck, Queen ist mit dem Heck. King und jetzt wird der Babydrache, der Babydrache, entschuldige bitte, der Babydrache gerade gefrostet. Natürlich ist jetzt auch der Eiscule im Frost, aber hier fehlt es irgendwie jetzt so ein bisschen an der Power. Aber das ist ein Becker. Multi-Inferno, okay. Wutzauber. Die Queen musste unbedingt noch weg. Die Queen musste hier unbedingt noch weg. Rathaus jetzt in, kurz mal in Frost. Der King ist jetzt noch zündbar. King, ah, jetzt gehen die erst zur Dame da. Die gehen jetzt erst zur Queen. Also die Queen hat er schon ganz gut gemacht hier. Also ich weiß, das Box-Based-Design ist jetzt nicht so pralle. Aber ihr habt das gesehen, das Rathaus fiel nicht. Und die ganzen Truppen sind erstmal Richtung Queen gegangen. Also die Helden ziehen dann schon ein bisschen an. Und jetzt geht das hier mit der Schweinerei los, also mit den Schweinereitern. Ich weiß nicht genau, was der Flash hier jetzt nicht an dieser Truppenkombination maxed hat. Aber er ist schon relativ lange, Rathaus 12. Und für irgendeine Truppe hat er es hier verwendet. Sei es drum. Alles für den Dackel, alles für den Club. Also hier für den Sieg hier im Klarkrieg. Und ah, guckt euch das an. Jetzt sterben noch wirklich, wirklich viele Hawks. Er hat noch zwei Heilzauber. Und wie lange er mit den Heilzaubern hier auch gewartet hat. Da habe ich gedacht, Mann, Heilzauber, jetzt, 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 jetzt. Ja, endlich kommt der Heilzauber da. Aber da sind doch etliche Schweinereiter vorher draufgegangen. Ich hätte nicht wirklich geglaubt, dass so wenig Schweinereiter ist. Es sind ja wirklich nicht mehr viele. Zwei Maxx-X-Bogen ballern noch auf die Truppen hier. Das noch reißen. Aber es geht nochmal jetzt der Heilzauber zur Kanone und zu den beiden Bogenschützen Turm. Beziehungsweise die andere Kanone dreht sich ja jetzt auch noch um. Also der nochmal perfekt geschmissen. Hätte man vielleicht nochmal so ein bisschen noch mehr Richtung der Defense gebrauchen können. Aber richtig krasses Teil hier, muss ich mal so sagen. Und ja, wie gesagt, Schweineregel, kein Thema. So auch das Thema. Und ich bin jetzt übrigens kurz vorm Stream wieder. Also mittwochs stream ich immer auf Twitch only. Wenn ihr mal dabei sein wollt, Link ist immer in der Beschreibung unten unter jedem Video. Also mittwochs auch, beziehungsweise eigentlich nur die Streams auf Twitch TV. Und 57, 56, das natürlich nochmal gegen den Clan Portugal, die auch gar nicht mal so schlecht dastehen. Und 429 CK-Siege gegen unsere 300, die wir da immer noch haben. Oder 316 immerhin. Ist schon eine gute Vorstellung. Auch was die Leistung aller angeht. Einer hat den ein bisschen komisch über die Stränge geschlagen. Ist aber glaube ich noch dabei. Denn wir haben so ein paar Zwölfer-Angriffe hier so ein bisschen in die Elfer verballert. Beim Gegner, die hätten wir doch dann ein bisschen höher gebrauchen können. Denn unsere Elfer schaffen in der Regel auch Elfer. Aber ihr seht das hier, das ist, ich meine das waren 25er. Und hier geht es runter bis zur 20. Beziehungsweise bis zur, ja jetzt müssen wir mal gucken. Bis zur 19 hat der Swash noch gemacht. Okay, mit dem 3 Sterne auch. Und 18, nein, ich muss ja nach vorne gehen. Ich muss ja nach vorne zählen. 19, 20, 21 ist auch noch ein Zwölfer. Also wirklich viele Zwölfer hier. 22, also 3 Elfer. Dann im unteren Drittel, beziehungsweise 1,10. Da glaube ich war noch dabei. Auf unserer Seite auch. Und super gemacht hier. Hut ab. SMS, kann ich ja noch sagen. Ich hoffe die Folge hat euch ein wenig gefallen. War so ein bisschen aus dem High-End-Bereich zu sehen. Also, levelt die Hawks. Es kommen ja noch die Flurie Hawks. Mal sehen, wie die sich denn im Nachthof schlagen. Und ich würde sagen, bis dahin. Euer Toto. Du clasht. Move truck. Move truck. Move truck. Move truck. Move truck. Move truck. alo sag. baby verones. I'll see you. rougeries式.